Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit dem einfachen Zugriff auf Binär- und Textdateien beschäftigen. Und das machen wir eben in .NET mit den Klassen System.io.file und System.io.file.info. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Klassen ist eigentlich sehr gering. Deswegen, viele Methoden sind in beiden Klassen enthalten. Der Hauptunterschied ist eben, File ist statisch, komplett statisch. Die können die Klasse nicht instanziieren. File-Info hingegen nicht. Da sind eigentlich bloß Instanzmethoden drin. Was ich Ihnen für mittelgroße bis große Projekte empfehlen würde, können Sie sich wahrscheinlich denken, dass Sie da eher File-Info versuchen sollten einzusetzen. Okay, dann schauen wir uns mal kurz an, was es für diese Sachen eben gibt. Wir haben hier eben mit der Methode Create die Möglichkeit, dass wir eine Datei erstellen oder überschreiben. Mit Delete löschen wir eine Datei. Mit Move können wir eine Datei in einen neuen Ordner verschieben. Mit Open, Open Read und Open Write bekommen wir einen sogenannten Stream zurück. Was das heißt, das schauen wir uns später an. Und wir haben hier aber auch Open Text. Da kriegen wir einen Stream Reader. Auch das sehen wir dann später. Was uns jetzt noch interessiert, sind diese Methoden hier unten. Read all Bytes, Read all Text, Read all Lines und so weiter. Das sind eben die Methoden, mit denen man wirklich richtig schnell ein bisschen Inhalt in eine Datei reinschreiben kann. Seien es Bytes oder Strings. Und das schauen wir uns einfach auch mal hier direkt an. Wir nehmen mal hier diesen Code, den wir vorher gebraucht haben, weg. Und ich habe hier eben meinen String. Da schreibe ich jetzt eben Hallo aus der Datei rein. Und dann nutze ich jetzt mal eine File Info Klasse. Na, ich mache es mit File, dann sind wir beides. Da sage ich einfach Write all Text und gebe hier jetzt eben, das kann man ja mal etwas größer machen, hier den Pfad eben an zur Datei. Was Dateipfade sind, sage ich Ihnen später in einem anderen Video noch genauer. Diese Pfade kann man aber im Prinzip als die Beschreibung im Dateisystem ansehen, wo, in welchem Ordner, auf welchem Laufwerk soll eben diese Datei liegen. Das nennt man allgemein Pfad. Und hier haben wir dann tatsächlich beim zweiten Parameter eben die Inhalte, die in diese Datei rein sollen. Jetzt in diesem Fall eben dann unser String, den wir hier oben erstellt haben. Okay, dann machen wir das nochmal. Ich möchte dieses einfach in HelloWorld.txt abspeichen und ich übergebe hier als zweiten Parameter eben den Wert dieser Variablen, addString. Und das war es auch schon. Wenn wir diesen Code hier ausführen, dann ist damit auch schon die komplette Datei geschrieben. Und das ist doch relativ einfach. Wenn wir jetzt eben hier mal in den Solution Explorer schauen nach dieser Anweisung und hier mal den Ordner öffnen, den wir hier haben, dann sind wir hier eben im Bindieb-Verzeichnis, Debug-Verzeichnis und haben hier eben jetzt HelloWorld.txt. Und wir sehen hier oben eben, dass wir jetzt in dieser HelloWorld.txt tatsächlich auch unseren String, den wir vorher eben hatten, hatten, im Speicher jetzt in dieser Datei stehen. Das ist ja super easy. Genau. Dann kommen wir noch zu dem, was hier eben FileInfo im Vergleich zu File noch zusätzlich bietet. Diese Klasse FileInfo hat eben noch Eigenschaften, die natürlich bei File keinen Sinn machen würden. Wir haben hier eben das Directory. Das heißt, wir können uns die Informationen zum Ordner, in dem unsere Datei liegt, eben holen. Wir können auch hier die Creation Time, also das Erstelldatum oder den Zeitpunkt, eben auslesen oder sogar ersetzen. Wir können uns die Dateiendung holen mit Extension. Wir können uns den Namen holen einer Datei oder den Full Name. Das ist eben der Pfad plus Dateiname. Bei beiden dieser Namen ist jeweils die Dateiendung, was auf Englisch eben Extension heißt, mit enthalten. Und auch diese Klasse können wir eben mal kurz einsetzen. Wir können hier eben sagen, wir haben hier eine FileInfo. Die schaut jetzt eben auf, wenn wir diese hier mit New Instanzieren, eben auf eine bestimmte Datei. Beispielsweise HelloWorld.txt. Und unseren String von vorher, den möchten wir natürlich auch haben. Und wir können jetzt zum Beispiel die FileInfo eben einsetzen und gucken mit der Eigenschaft Exists, ob diese Datei gerade so, wie sie ist, existiert. Und ich kann ja mal gucken, wie das eben der Fall ist. Dann kann ich hier eben sagen, gibt es jetzt hier diese Methode WriteAll? Die gibt es wahrscheinlich hier natürlich nicht. AppendText. Das können wir natürlich mal ausprobieren. Und hier müssen wir eben, also wir kriegen hier einen StreamWriter zurück und so weiter. Okay, also mit der FileInfo-Methode gibt es eben nicht diese Sachen, dass wir einfach WriteAllBytes oder ReadAllBytes haben. Das war jetzt ein Fehler von mir. Diese FileInfo hat eben bloß hier diese Methoden Open und so weiter, sodass wir eben hier auf die entsprechenden Streams zugreifen können. Das werden wir aber in einem späteren Video eben uns anschauen, wie das genau passiert. Also wichtig ist eben, mit FileInfo und File kann ich eben relativ einfach Strings oder Bytes in eine Datei schreiben. Und wenn ich das eben bloß in einem kleinen Umfang machen will, dann sind diese beiden Klassen genau die richtigen Einsatzmöglichkeiten. Ja, damit bin ich schon am Ende dieses Videos angelangt. Wir werden uns im nächsten Video dann mit Ordnern beschäftigen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.